Ich grüße dich zu unserer heutigen Geschichte. So schön, dass du da bist. Ich dachte, es ist mal wieder Zeit für eine Garagengeschichte. Ich sitze hier vor unserem Garagentor. Morgens liegt der Nebel über den Wiesen und steigt aus den Wäldern auf. Die Spinnenweben spannen sich zwischen den verblühten Sonnenblumen. Ich habe mir heute hier so einen Tee gemacht mit Orange und Kurkuma, der wärmt von innen. Und es gibt für dich eine Liebesgeschichte. Also Die Mutter von Analia Torres starb bei der Geburt an Fieber. Und ihr Vater? Ihr Vater konnte den Kummer nicht ertragen. Er schoss sich zwei Wochen später mit der Pistole in die Brust und starb mit dem Namen seiner Frau auf den Lippen. So wuchs Analia Torres im Haus ihres Onkels auf, in den Rockzipfeln ihrer indianischen Kinderfrau in den schattigen Patios, bis sie sechs Jahre alt war. Dann schickte ihr Onkel Eugenio sie in die Klosterschule der barmherzigen Schwestern. Und als Analia die Sehnsucht nach ihrer indianischen Kinderfrau überwunden hatte, begann sie die Stille der Klosterschule zu lieben. Die langen Gewinnerten Korridore, die Kapelle mit ihrem Hofstaat an Heiligen. Hier brannten immer Kerzen und es duftete nach Wachs und Lilien. Was sie nicht mochte, war das Geschrei der anderen Kinder. Und wenn es ihr gelangt, der Aufsicht der Schwester Oberin zu entkommen, dann versteckte sie sich auf dem Dachboden zwischen zertrümmerten Möbeln und Heiligen ohne Kopf. Und dort hockte sie und erzählte sich selber Geschichten, mit dem Gefühl, sich einer Sünde hinzugeben. Als sie 14 Jahre alt wurde, an ihrem Geburtstag, kam ihr Onkel Eugenio in die Klosterschule und die Schwester Oberin ließ sie rufen. Die beiden hatten sich so lange nicht gesehen und so viele Jahre waren vergangen, seit den Rockzipfeln der indianischen Kinderfrau, dass die Schwester Oberin sie einander vorstellen musste. Ihr Onkel Eugenio betrachtete sie mit Wohlgefallen. Groß bist du geworden und ein schönes Mädchen. Ja, sogar hübsch. Du machst dich gut. Nun, ich bin gekommen, weil dein Vater, Gott hab ihn selig, er hat bestimmt, dass ab deinem 14. Geburtstag ich dir jeden Monat ein Geld schicken soll. Analia betrachtete ihn. Sie stand aufrecht ihm gegenüber und sah ihm fest in die Augen. Wie viel ist es? 100 Peso. Ist das alles, was meine Eltern hinterlassen haben? Na, gewiss nicht. Natürlich gehört dir die Hacienda und das ganze Gut und die Felder. Aber ich hab es für dich verwaltet all die Jahre. Es muss sich ja jemand darum kümmern, nicht wahr? Und wenn du 18 geworden bist, dann sehen wir weiter. Was sehen wir dann weiter? Naja, du wirst immer einen Mann brauchen, um das Gut zu verwalten. Alleine kann eine Frau das nicht tun. Ach, und wenn ich heirate? Ja, dann werdet ihr es eben gemeinsam machen. Du wirst dich nicht mehr lange darum kümmern müssen, Onkel. Wenn ich 18 geworden bin, heirate ich und kümmere mich selber um das Gut meiner Familie. Was redet denn das Mädchen? Hat sie denn etwa einen Bewerber? Erstaunt sah der Onkel sich um. Aber Analia machte einen eher spöttischen Knicks, strich ihre Uniform glatt und ging hinaus. Aufgewühlt rührte Onkel Eugenio in der Tasse mit heißer Schokolade. Nichts war zu hören als der Löffel, der gegen die Tasse klirrte. Und die Schwester Oberin schenkte ihm noch einmal nach. Sie versuchte ihn zu beruhigen und sagte, sie müssen das verstehen. Sie ist die Einzige, die nicht ein einziges Mal in den Ferien nach Hause gefahren ist. Sie bekommt nie Besuch und kein einziges Weihnachtsgeschenk. Ach ja, ich bin kein Mann für Hetscheleien. Aber sie haben wahrscheinlich recht. Die Frauen sind gefühlvoll. Ich werde mich besser um Analia kümmern. Er verabschiedete sich und erkehrte einen Monat später wieder zurück. Diesmal ließ er Analia nicht rufen. Nein, er sagte der Mutter Oberin, dass sein Sohn vorhabe, Briefe an Analia zu schreiben und sie doch bitte so freundlich sein möge, diese Korrespondenz Analia zu überreichen. Die Briefe trafen ein. Weißes Papier, schwarze Tinte und große geschwungene Buchstaben. Analia nahm sich vor, sie nicht zu lesen. Sie hatte sich angewöhnt, einen Argwohn gegen alles zu hegen, was von ihrem Onkel Eugenio kam. Aber dann konnte sie nicht widerstehen. Die Briefe waren die einzige Abwechslung von dem langweiligen Schulalltag. Und so versteckte sie sich auf dem Dachboden nicht, um sich selbst Geschichten zu erzählen, sondern um die Briefe zu lesen. Sie erzählten vom Leben auf der Farm, von den Jahreszeiten und von den Tieren. Sie waren poetisch und gefühlvoll geschrieben. Und schließlich gewahrte Analia, wie sie da saß und Zeile für Zeile wieder und wieder las. Dem Klang der Worte lauschte und es so oft tat, bis sie die Briefe auswendig kannte. Sie begann zu antworten. Und so ging der Briefwechsel hin und her, wobei beide darauf bedacht waren, der Zensur der Oberen nicht zum Opfer zu fallen und in sehr behutsamen Formulierungen von Liebe zu sprechen. Und wenn Analia da saß, oben auf dem Dachboden mit klopfendem Herzen und glühenden Wangen, dann stellte sie sich den Mann vor, der mit Luis Torres unterschrieb. Sie war sich sicher, dass sie ihn nie gesehen hatte. Denn damals, als sie noch im Haus ihres Onkels lebte, war er auf einem Internat in der Hauptstadt gewesen. Sie war sich vollkommen sicher, dass ein Mann, der so gefühlvoll und poetisch schrieb, nicht auch noch gut aussehen konnte. Das hielt sie für vollkommen unmöglich. Und sie gab ihm einen um den anderen Makel. In ihrer Vorstellung stellte sich vor, dass er ein bisschen dicklich war, wie ihr Onkel Pickel im Gesicht hatte und etwas schmächtig von Gestalt. Aber das Seltsame war, je mehr Makel sie ihm zuschrieb, umso mehr war sie bereit, ihn zu lieben. Jene schönen Helden aus den berühmten Geschichten waren gewiss flach und ohne Charakter. Nein, nein, was wirklich zählte, war die Klarheit des Geistes und ein gutes Herz. Das waren die einzigen Dinge, die dem Staub der Jahre standhalten konnten. Aber sie gestand sich selber zu, dass sie nicht genau wusste, wie viel Missbildung sie ertragen konnte und es blieb eine gewisse Unruhe in ihrem Herzen. Der Briefwechsel von Analia und Luis Torres dauerte vier Jahre, an deren Ende Analia eine ganze Hutschachtel von Briefen oben auf dem Dachboden aufbewahrte und ihr Herz vollkommen ausgeliefert hatte. An ihrem achtzehnten Geburtstag meldete die Mutter Oberin, dass Besuch für sie angekündigt sei. Am liebsten hätte Analia sich auf dem Dachboden verkrochen, zwischen den Heiligen ohne Kopf. Mit klopfendem Herzen trat sie in das Zimmer der Oberin und sie war überrascht, als sie den Mann sah, den Onkel Eugenio ihr als Luis vorstellte. Denn er war gut aussehend, das schwarze Haar zurückgekämmt, ein gepflegter Bart, schöne Hände, lange Wimpern und ein wenig ausdruckslose Augen, so wie bei den Heiligen in der Kapelle und in Lilien. Doch Analia erholte sich schnell von ihrer Verblüffung. Und dann entschied sie, dass sie, da sie bereits bereit gewesen war, einen missgestalteten Mann zu lieben, diesen gut aussehenden ja umso mehr lieben konnte und gab sich der Umarmung hin, wovon ein Hauch von Lavendel an ihrer Wange zurückblieb. Analia Torres verabscheute ihren Mann von ihrer Hochzeitsnacht, in der er sie in den viel zu weichen Laken und Kissen ihres Lagers niederwälzte und danach in tiefen Schlaf fiel. Sie lag mit geöffneten Augen da und sie war außerstande, das Bild des Liebhabers, der die Briefe geschrieben hatte, mit dem des Mannes, den sie geheiratet hatte, in Übereinstimmung zu bringen. Sie fühlte sich genasweist. Irgendetwas stimmte nicht. Und immer, wenn sie Louis nach den Briefen fragte, brachte er sie mit Küssen zum Schweigen. Und er machte lässige Bemerkungen über diese Romantik zweier Jugendlicher, die doch gar nichts zu tun haben mit dem Eheleben, wo Verantwortung und Ordnung wichtig seien. Annalia gestand sich ein, dass sie mit ein bisschen guten Willen dieser Hochzeit doch einiges abgewinnen und vielleicht auch ein zufriedenes Leben führen konnte. Sie befahl sich selbst, ihn zu lieben. Sie prägte sich seine Gesichtszüge ein, wenn sie nachts neben ihn auf den Matratzen ruhte. Aber je mehr sie sich bemühte, desto mehr verabscheute sie ihn. Bis diese Abneigung in Hass umschlug und sie eines Nachts aus einem Albtraum erwachte, schweißgebardet und darin hatte Louis sie umarmt wie ein Kraken mit Armen umfangen und mit Tinte bespritzt. Es wurde auch nicht besser, als Annalia schwanger wurde. Sie nutzte die Schwangerschaft, um sich vor ihrem Mann zurückzuziehen, eine eigene Kammer zu beziehen mit einer hölzernen Britsche, die sie an die Klosterzeit erinnerte. Sie brachte einen Sohn zur Welt, den sie über alles liebte. Und sie kehrte auch nach der Geburt nicht in das eheliche Schlafzimmer zurück. Es mochte vielleicht ein ganzes Jahr vergangen sein, bis Louis sie an ihre ehelichen Pflichten erinnerte und drohte die Tür mit Schüssen zu öffnen, wenn sie sich weiter dahinter verstecken würde. Das Kind wuchs auf und spürte den Hass zwischen den beiden Eltern. Nachts nässte er im Bett ein und war schüchtern und leise, bewegte er sich in den Schatten des Hauses. Wenn Annalia nach dem Mittagessen in die Bibliothek trat, wo ihr Onkel Eugenio und Louis bei einem Glas Kognak und einer Partie Schach die Angelegenheiten der Hatschienda besprachen, dann brachte sie ihre Anliegen vor und die beiden hörten ihr aufmerksam zu und sie nickten freundlich. Aber dann machten sie doch immer, was sie wollten. Und ein ums andere Mal stieg sie auf den Rücken ihres Pferdes. Sie galoppierte auf die in der Ferne gelegenen Berge zu und wünschte sich nichts Sehnlicher in ihrem Herzen, als ein Mann zu sein. Doch Louis begann sich schließlich auch vor ihr zurückzuziehen. Er verbrachte immer mehr Zeit im nahegelegenen Ort mit seinen Kumpanen in Trinkgelagen. Und dann die Stunden der Siesta in einer tiefen, unruhigen Schlafruhe, aus der er mit aufsässigem Magen und Sodbrennen erwachte. Und Analia nutzte diese Stunden, um sich zu Onkel Eugenio zu setzen und die Angelegenheiten der Hatschienda besser zu verstehen und mit ihm zu besprechen. Als ihr Sohn sieben Jahre alt wurde, wollte der Vater ihnen die Hauptstadt aufs Internat schicken, so wie er selbst aufgezogen worden war. Aber Analia wehrte sich mit solcher Vehemenz, dass er einen anderen Weg finden musste. Und so kam der Sohn in den nahegelegenen Ort in die Dorfschule und kehrte zumindest am Wochenende nach Hause zurück. Analia beobachtete ihn ganz genau, aber zu ihrem Erstaunen sah sie, dass der Junge sich endlich, da er dem Krieg seiner Eltern nun entkommen war, entspannte, aufzublühen schien, aufhörte, ins Bett zu nässen und es ihm deutlich besser ging. Und dann, nach einem halben Jahr, brachte der Sohn das erste Zeugnis nach Hause und einen Brief des Lehrers. Und Analia stand da und sie hielt den Brief in ihren zitternden Händen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren lächelte sie. Legte den Brief in ihren Schoß, sie fragte ihren Sohn aus über die Schule, alles musste er ihr erzählen aufs Genaueste. Und als er am Montag sich wieder aufmachte, in die Schule zurückzukehren, gab sie ihm einen Korb mit Früchten und Marmelade mit und wartete immer sehnsuchtsvoll auf Nachrichten. Die Zeit verging und es kam ein Abend, an dem Luis Torres mit seinen Trinkkumpanen ausgezogen war und trunken vom Brandwein das Pferd eines Freundes bestieg, um zu zeigen, wie gut er reiten konnte. Der Hengst aber stieg, warf ihn ab und so unglücklich fiel er mit dem Kopf auf einen Stein, das ins Krankenhaus gebracht wurde und wenige Stunden später an den Blutungen im Hirn starb. Analia saß bei ihm. Sie hielt seine Hand und sie weinte. Sie weinte um die Liebe, die sie ihm nicht hatte geben können und weinte auch vor Erleichterung, dass sie nicht länger um seinen Tod beten musste. Und bevor sie aus der Hauptstadt zurückkehrte, kaufte sie ein weißes Kleid, das sie zutiefst unten in ihren Koffer legte. Zur Beerdigung trug sie einen Schleier vor dem Gesicht, damit niemand ihre Augen sah und führte so ihren Sohn an das Grab ihres Mannes. Als die Beerdigung vorüber war, saß sie mit Onkel Eugenio in der Bibliothek und er sagte zu ihr, das Beste wird es sein, du gehst mit dem Jungen in die Hauptstadt. Da wird es euch an nichts fehlen, es ist bestens für euch gesorgt und ich verwalte weiter das Gut, so wie ich es jeher getan habe. Danke, sagte Analia. Weißt du, Luis hat mich betrogen. Naja, da musst du doch nicht so ein großes Aufhebens darum machen. Welcher Mann ist schon immer treu? Das meine ich nicht, sagte Analia. Es ist ein anderer, schwerwiegenderer Betrug. Ich danke dir für dein Angebot, aber ich werde die Hacienda davon nun an allein verwalten und ich bleibe hier. Und so verabschiedete sie ihren Onkel Eugenio. Sie verschaffte sich einen Überblick über die Güter, die sie besaß und die Ländereien und dann stellte sie einen Verwalter ein, der gründlich und zuverlässig arbeitete und ihre Befehle folgten, ohne Fragen zu stellen. Und an diesem Spätsommertag im September nahm sie das Kleid unten aus dem Koffer heraus, wo es bis zu diesem Augenblick angelegen hatte, zog das weiße Kleid an, richtete sich ihre Haare und machte sich auf den Weg in den nahegelegenen Ort. Zum Schulschluss kam sie, als die Kinder aus der Schule herausstürmten und ihr Sohn war überrascht, sie dort zu sehen, sie war noch nie hierher gekommen. Sie trug eine Schachtel unter dem Arm. Bring mich zu deinem Klassenzimmer, bat sie ihn. Und er führte sie durch den langen Korridor. Sie atmete den Geruch nach Schweiß und gewienerten Böden, den sie aus ihrer eigenen Kindheit kannte. Sie sog ihn beinah gierig ein, bis sie vor dem Klassenzimmer angelangt waren und sie ihren Sohn bat »Und jetzt geh, ich komme später zu dir.« Denn diese Angelegenheit musste sie ganz allein regeln. Sie öffnete die Tür und trat ein, sie sah sich in dem Klassenzimmer um, an den Wänden waren Zeichnungen von Pflanzen und Tieren und am Pult saß der Lehrer. Analia ging langsam auf ihn zu, erhob den Blick und sie sagte »Ich bin die Mutter von Torres«, weil ihr nichts Besseres einfiel. »Ah«, sagte der Lehrer, »Ja, wie schön, dass ich Sie einmal kennenlerne. Ja, da kann ich Ihnen endlich danken für all die Früchte und die Marmelade, die Sie uns immer geschickt haben.« Aber Analia schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht hier, um Höflichkeiten auszutauschen.« Und dann leerte sie die Schachtel mit den Briefen vor ihm auf dem Schreibtisch. »Sie schulden mir zwölf Jahre meines Lebens. Warum haben Sie das getan?« Erstaunt blickte der Lehrer auf den Haufen Briefe und hob einen der Briefe vom Boden auf, der zu seinen Füßen gefallen war. »Ich dachte mir nichts Böses dabei«, stammelte er. Louis bat mich, sie zu schreiben, und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Aber dann begannen sie zu antworten, und dann konnte ich nicht mehr zurück. Und er senkte den Blick und fügte leise hinzu, es waren die besten Jahre meines Lebens. Können Sie mir verzeihen? »Das kommt auf Sie an«, sagte Analia. Sie ging in die Ecke des Raumes, wo seine Krücken standen, die er alleine nicht erreichen konnte, ohne seinen Stuhl dorthin zu schieben. Und reichte sie ihm. Und dann ging er hinter ihr aus dem Klassenzimmer hinaus, und sie traten hinaus auf den Patio, wo gerade die Sonne die Dächer golden färbte. Das kommt auf Sie an. hier hier endet diese Geschichte und 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 um sie war das Geschrei der Kinder, die da auf dem Schulhof spielten und das goldene Abendlicht, während der eine Hand von den Krücken löste und Annalias Hand ergriff. Lass es dir gut gehen. Lass es dir gut gehen, sei von Herzen umarmt und finde Vergebung in deinem Herzen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ich freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Alles Liebe, deine Annika